Servus Leute und willkommen zurück zu H1Z1 zusammen mit Bullitzer. Guten Tag. DestinyCast. Hallo Leute. Und Hall of Games. Hallöchön. Du, weiter geht's. Bullitzer müsste jetzt gleich bei uns auch sein. Ja, also... Steht dort oben ein Zombie bei uns? Ja, das ist ein Zombie, ja. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg. Das ist ein Grüßungskomitee. Ich sag nochmal kurz Koordinate durch. Minus 614, Minus 688. Da oben ist ne Kirche. Ich seh ne Kirche rechts von mir. Ja, ja, genau. Komm einfach bei der Kirche hin. Wir kommen die, wir kommen zur Kirche. Also ich geh mal fest davon aus, dass ich jetzt sogar... Pass aber auf, dort sind zwei oben gewesen vorher. Okay. Ja, die machen wir weg. Das war ein Bach. Rief. Ja, mach mal. Also ich... Also ich lauf jetzt zur Kirche hoch. Ne, ich glaub ich hab die Höhle gefunden. Ich glaub ich hab die Höhle gefunden. Ist da ein Campfire drinnen? Ist da ein Campfire drinnen? Moment, warte mal. Also da ist so ein riesig... Da ist so ein... Da ist ein... Da ist ein Grabstein davor. Ja, ja, genau. Bei beiden Eingängen. Wir kommen nochmal rein. Dann müssen wir noch zur Höhle gehen. Ja. Oben ist ein Zombie, müsst ihr aufpassen, aber. Nehmen wir bloß die drei Pfeile mit. Der Eingang war doch gar nicht da oben, oder? Oh ja, nein, nein. Der kannst da oben auch reingehen. Ah, okay. Coole Höhle, ey. Coole Sache, das. Ja, ne? Die ist echt cool. Da steht ein Campfire, Fässer... Genau, genau. Genau, ja. Sehr schön, da sind wir endlich alle zusammen. Perfekt. Warte, wir kommen jetzt oben rein, nicht erschrecken. Wir schießen jetzt erst mal ab. Genau das. Und? Da steht er. Da ist er. Boah, du bist nicht troffen. Die hab ich dich groß angezeigt bekommen. Sehr gut. Endlich. Geiler Helm, muss man sagen. Auf jeden Fall, ne? Wunderhöch. Geiler Rucksack auch. Ja, ach genau, ich hab noch einen Rucksack. Endlich. Hab ich noch einen dabei. Moment. Äh, braucht wer von euch Pfeile? Also hier, einmal Rucksack. Ich muss Pfeile craften, ich hab nur mehr Eingang. Da auf dem Boden. Äh, ich kann nur... Ich hab 42 Pfeile gerade eben. Also, ich hab hier einen Rucksack hingelegt. Seht ihr den? Ja. Also, den könnt ihr gerne haben. Du brauchst Fleisch oder sowas, oder? Äh, ich bräuchte was zu essen eventuell. Dann nehm ich den. Dann gibt's ihm das gebratene Fleisch, ich glaub das bringt am meisten. Hat jemand von euch einen Kleidungsrest? Ja, halt nicht nur so. Ne, doch nicht. Ist das Fleisch gedroppt? Ah, da ist es, ja. Da der braunen Verkaufen. Sehr gut, dankeschön. Oh man, bei mir wird's gerade in meinem Zimmer total dunkel. Leute, ich... Das ist, das ist die Musik. Ne, hört sich blöd an, aber ich muss mal kurz Licht anmachen, sonst seh ich meine Tastatur nicht mehr. So, ich wär jetzt wieder 72 in Nahrung. Halt, das geht sich mit der Nahrung jetzt auch wieder. Ich hab jetzt mal Beeren, ich brauch zwar nachher wieder Beeren. Aber ich würd sagen, wir gehen nur in die Hallen runter, oder? Jo. So, schnell was essen. Ja, ich esse kurz noch ein paar Beeren und dann komm ich sofort. In diese... da ist ja so eine Kiste, kann ich da was reinstecken? Ich glaub nicht. Weil ich hab jede Menge Zeug noch dabei, das würd ich gerne loswerden. Super, zieh's einfach mal auf die Kiste drauf dann. So, wenn du in dem Menü bist. Ja. Weil so muss ich das beim Kämpfer nämlich auch machen. Aber ich würde eher das unwichtige Zeug, so Flares und so weiter, ich glaub die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich versuch das mal. Und dann kann ja mal jemand vielleicht kurz zur Kiste gehen und gucken ob da was drin liegt. Ja, mach ich gleich. Oder, ja, mir ist es gleich, irgendwer. Was können wir da noch rein? Steh schon neben. So. Jetzt kommt irgendwer, hat eine Handgranate, schmeißt die und sie sind tot. Also ich hab da jetzt ein paar Sachen reingelegt. In diese Kiste, in diese Open Loot. Ja, ich seh's. Alles klar. Das ist geil. Dann lege ich aber auch was reingelegt. Aber ich hab jetzt erstmal nur die unwichtigen Sachen reingelegt. Ja, ich geb die Flares in einmal und so weiter. Genau, hab ich auch mal reingesteckt. Genau, hab ich auch mal reingesteckt. Ja, ich hab jetzt den Backpack zum Weg. Das heißt. Ah, Empty Bottle lege ich hinein. Die sind zwei Bottles, hab ich einen leerer. Ah, die Rounds. Ich lege mal die Waffe, halt die Munition auch rein. Nee, die würde ich nicht, die würde ich nicht, also die würde ich mitnehmen, ganz ehrlich. Okay. Muni und so. Das ist Pickup Truck Headline. Ach so. Die hab ich da reingelegt. Okay, das ist das. Spiele oder so. Die Lampen von dem Strasch, die wir brauchen. Ja. Soll ich den Boat Reel, den könnte ich auch mal reinlegen. Weil den kann ich craften auch gerade mal zur Not. Also alles was man craften. Woodplanks und so weiter lege ich auch mal rein und woodlock. Genau, also ich würde mal sagen, alles was man irgendwie schnell craften kann. Und wooden sticks lege ich auch hinein. Welche Folge sind wir jetzt eigentlich? Hast du jemand mitgezählt? Okay, das ist doch ein Spieler da unten. Bei den Hallen ist jetzt ein Spieler. Okay. Bei wem? Ja, ist kein Problem. Ich komme mal rauf zu euch jetzt. Ja, dann lasst ihr nur nicht unbedingt unsere Höhle sehen. Ja, wir müssen die Höhle sowieso irgendwie zumachen. Ja. Ja, klar. Der kommt hier lang, der ist jetzt da unten. Wollen wir Spieler töten oder nicht? Ja, das ist noch ein zweiter Spieler. Okay, dann töten wir so. Das sind zwei Spieler. Ja, das sind die zwei, die die ganze Zeit da sind. Ja. Wo sind die? Ne, das eine war doch ein Zombie gewesen. Der sitzt jetzt oben bei der Kirche ist er jetzt. Bei der Kirche ist er jetzt. Wollen wir uns den holen? Ja. Also ich bin eigentlich nicht so der Freund von Kill on Sidement. Ne, ich eigentlich auch nicht. Na gut, dann lassen wir ihn. Ich muss ehrlich sagen, wir wissen ja jetzt wo wir sind ungefähr. Und wenn man da jedes Mal, man ist ja relativ schnell dort glaube ich. Ja. Ja, aber trotzdem, jetzt sind wir gerade mal zusammen, da will ich jetzt nicht irgendwie jemanden wieder verlieren. Ja, ja schon klar. Aber trotzdem. Aber ich würde sagen immer mal, dass sich einer mal nach hinten guckt. Ja, immer so komplett im Schein. Drei Zombies sind da oben jetzt, wenn wir jetzt rechts hoch gehen. Ja. Ja. Versucht mir ja schon gerade einzubringen, wie auch die Charaktere aussehen. Da sind auch noch ganz viele Zombies. Echt von euch. Oh. Ja, da sind sehr viele Zombies. Ja gut. Es ist gerade eben so, dass die Herde ist jetzt gerade unterwegs. Die Herde rennt. Die Horde rennt. Habt ihr irgendwann auch was zum Verbinden? Ja. Weil ich habe noch nichts mehr zur Zeit. Okay. Erstmal die Pfeile wieder einsammeln, Leute. Glaubt, ob da irgendwo so Säcke herumliegen bei den Zombies. Es ist schon selten, aber ab und zu ist es. Irgendwie bei unseren nicht. Ne. Irgendwie nicht. Da vorne kommt der nächste, warte ich kill den, wenn es geht. Du hast den DLC gekauft, das die Säcke kauft, glaube ich. Genau. Ich habe keinen DLC. Soll ich gleich. Tell to win! Und so weiter. Genau. Komm, wir holen uns mal einen Airdrop. Nein. Buy now, oder? Hat eigentlich jemand eine Ahnung, wie viele Airdrops kosten? Rentiert sich das? Klick mal 5 Euro. Oh. Einen Airdrop? Ja. Einen Airdrop. Ich habe ja keinen davon. Ich habe ja nur das normale Standardpaket gekauft. Könnte ich so eine Loot, so eine Crate könnte ich mit einem Schlüssel beöffnen. Aber... Ja. Seine Chest, ja. Weiß halt auch nicht, was da drin sein kann. Was hast du auch mit draußen? Ja. Hol ich mir. Oh. Kein Kopfschuss. Warte, dann... Scheiße! Scheiße! Renn weg, dann schließe ich nochmal. Sehr gut. Da kommt die nix. Da kommt die nix. Da muss ich auch manchmal ducken, dass man... Schaut es nicht in der Nähe von Ausgängen steht, während sie schießt. Wenn wer andere rauskommt, ist das ein bisschen blöd. Ja, ja. Wir sollten schon so ein bisschen im Blick behalten, wer hier wo steht. Da ist eine Flasche, wenn wer eine braucht. Der rennt aber komisch, der eine Zombie. Ja. Ziemlich zickzackig. Ja, der schlägt gerade... Miesküppel kann man auch durchsuchen. Das bist du hier, oder? Bitte? Oh, der eine Zombie lecker. Beefsteak habe ich da gefunden. Ja, komm, wir machen richtig... Mühldonnen. Mühldonnen. Lass das. Zombie. Ah. Wir machen richtig fettes Barbecue. Ja, ich habe jetzt ein Steak gefunden. Wer läuft denn da vorne? Also ich bin gerade in der Halle drin. Ich bin in der Halle. Okay, dann ist auch gerade vorne noch ein anderes Spiel angelaufen. Äh, da vorne. Ah, ja. Schlecht. Gute Ortsbeschreibung. Habt ihr jetzt den Zombie da draußen jetzt schon? Ja. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt... Der Blut gefunden. Sehr gut. Ich würde sagen, wir nehmen mal alles mit, was wir irgendwie gebrauchen können, oder? Und dann ab und... Wo ist der Zombie? Der schreit irgendwo einer. So komisch, okay. Doch nicht. Also hier vorne, wo ich gerade eben stehe und hüpfe, hier ist halt das Spiel lang gelaufen. Wir sollten unbedingt jeder so einen Motorradhelm haben, weil dann erkennen wir uns. Ja, genau. Ja, das ist so selten. Man sieht halt die Namen relativ spät. Das ist halt nervig. So, was... Haben wir denn noch hier so... Was ist das da? Haben wir irgendwo Holzen denn? Nee, ich muss mal wieder ein paar Pfeile machen, ne? Was ist das? Na, Holz kann ich leicht craften, beziehungsweise hacken. Am Baum umhauen oder sowas. Boah, die... Die Namen sieht man ja wirklich super spät. Ja. Das ist, wenn du so zwei Meter vor einem stehst. Trafft sie denn nicht? Oh ja, jetzt ist er tot. Jetzt war das schon zu spät. Pfeile in der Luft auspicken. Wunderschön. Ich bin rechts in die Halle. Ja, da oben ist ein Spieler, ne? Da oben. Wo? Wo ich jetzt grad hingucke. Okay. Ja, ich sehn. Da oben. Ich sehn. Der untere quasi. Der oberste Zombie. Der untere muss ein Spieler sein. Ja, gut. Warte mal, dann... Behalten wir den mal im Auge. Wo ist er hier? Äh, vor uns. Das bin ich. Nee, das bist du. Ja. Wussten wir doch. Sonst hättest du längst einen Pfeil zwischen den Augen gehabt. Da vor der Fall. Da ist ein Auto. Achtung, rechts ist ein Zombie, rechts ist ein Zombie. Wow, und hier da vorne war gleich noch ein anderer Spieler gewesen. Ja, da vorne läuft grad ein Spieler lang. Ja, hab ihn gesehen. Am Weg. Mhm. Na, da sind Zombies. Na, da war ein Spieler auch. Na, da ist ein Spieler auch. Da ist ein Spieler auch. Alter, warum hängen denn hier so viele Pfeile rum? Soll ich da mal schießen davor? Hab ich... Hab ich nen Hund gehört? Ja. Wo ist der? Ich würde sagen, wir gehen nochmal nochmal zurück und dann wieder rechts in die Mitte von den... Hä? Wir sind nur zu dritt gerade. Nein, 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 nein. Wo ist Felix? Ich bin hier. Hä? Wir sind so blöd hier gerade im Gang. Das ist ja witzig. Bei mir nicht. Achtung, Zombie. Ja, ja. Aber das ist jetzt blöd. Ah, auch nicht. Ich wurde gehittet von dir. Sorry von mir. Ich seh dich nicht mehr. Was ist das für ne Crap? Den schätzt du nicht. Was auch da kommt noch ein Zombie? Naja. Den... Markus seh ich. Hallo. Ich seh drei Leute glaub ich. Markus seh ich und Janik seh ich. Mehr seh ich nicht. Alter, der Zombie will mich doch verarschen, jeder eine. Absetzt den Zombie schon? Da ist aber noch nicht down. Nee. Der Backfall ist doch von mir so. Jetzt ist er down. Also mega dunkel. Ich würde sagen, gehen wir mal alle in der eine Halle, dass man sich wieder finden. Ja. Ja. Welche Halle? Und die rechts gleich. Wo ist rechts? Da wo er jetzt zwei Leute reingelaufen sind. Okay. Ja, bei mir sind wir momentan nur... Ich bin viert. Wir sind zu viert. Das ist ja crazy. Echt? Ich steh grad vor dir. Echt? Ja. Ich seh nix. Schießt noch ein Peil auf den Pest. Das ist ja komisch. Ja, ich hab ihn ja schon angeschossen. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Warte mal... Stell dich mal genau dahin, wo ich jetzt stehe. Äh, wo ich jetzt stehe und wo ich hingucke. Ja. Dann lauf ich mal einfach los, mal gucken ob ich hängen bleib. Bist du wahnsinnig da draußen? Die Zombies spawnen urschnell da in dem Gebiet. Du bist grad durch ihn durchgelaufen bei mir. Ja. Das ist ja blöd. Sauberer Schuss. Ja, danke. Na gut. Gehen wir mal in die Halle gegenüber, oder? Yep. Schaut ein bisschen mehr aus. Kann mir da irgendwer vielleicht ein paar Pfeile hinlegen? Ich hab natürlich nur noch zwei gerade. Naja. Hier vorne an der Tür ist einer. Hier ist... Hier liegt auch noch einer in der Luft drin. Da. Ja. Ich... 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 Da kommen zwei Zombies. Mhm. Mhm. Ich hör sie zumindest. Wie sie gesehen hab ich sie nicht. Aber draußen stehen aber auch noch ein bisschen. Oh! 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 Oh mein Gott! Nein! Nice hit! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh! Der ist grad weg. Verschwunden. Ja, den hab ich hier angeschossen und dann war er weg. Ah! Nicht auf mich gehen! Zombie! Boah! Wie wir hier... Wie wir hier durcheinander rennen, dass wir noch uns umgebracht haben, ist ein Bruder. Aua! Wurde schon wieder gebissen. Meine Güte! Jetzt aber! Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Okay. Hallo! Hallo! Der schießt! Siehst du ab! Ich helfe euch! Ach so! Sehr gut! Sehr gut! Stopp! Ich hör nichts nämlich! Ich hab keinen Sound mehr bei denen! Also der ist... Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Alles in Ordnung! Ja, ich schau jetzt gerade mal durch, wo du das... Voice Enable... Listener... Volumen... Da ist dein richtiges Mikro da auch ausgewählt vielleicht. Input Output Device... Default... Lautsprecher... Das... Ja, Loot haben wir schon gefunden, aber nur... Settings... Boys... Oh, okay! Gut zu wissen! Genau! Du bist übrigens gerade auf YouTube! Auf YouTube? Auch schön! Hört ihr mich jetzt? Ingame? Nein, oder? Achtung! Noch mehr Zombies! Na gut! Oder auch nicht! Das ist jetzt... Ich hab keinen Ingame-Sound mehr! Das ist urlustig! Ja, du darfst doch nicht mit den Leuten reden! Ja, super! Danke! Nein, ich kann gar nichts einstellen mehr! Ich hab jetzt alles schon eingestellt auf die... Direkt aufs Headset sozusagen, auf die Mikrofone und so weiter... Aber es gibt gar nichts! Oh, da kommen die zwei durch die Tür! Also... Nein! Oh, meine Aufnahme ist gleich im Arsch! Was? Ich hab ein weißes Bild und hab ganz genau gar nichts! Wie jetzt? Also du meinst die Folge? Ja... 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 Ja, das Problem ist, wenn ich mit Afterburner aufnehme und der bricht das Spiel ab... Achtung! Markus, Zombie! Ja, ich kann mich nicht bewegen, ich bin nicht hingewiesen. Ich glaub, wir sollten's grad zurückziehen. Ich glaub, du hast er voll getötet. Ich bin... Nee, der hat... Der hat grade'n Aufnahmeproblem. Ach du Scheiße. Sollten wir uns einfach zurückziehen, ja? Ich bin voll aus dem Spiel rausgeflogen. Der ist grade aus dem Spiel rausgeflogen. Ja, du bist gerade aus dem Spiel rausgeflogen, bevor du tot warst. Super. Ah, ist das ein Dreck, manch mal. Jetzt möchtest du selber auf die Uhrzeit schauen, ich hab keine Ahnung mehr. Scheiße, lass mal das aufheben. Nee, ne, Uhrzeit hab ich im Blick, wir sind jetzt mal gleich bei 15 Minuten. Deswegen, mal gucken, was wir machen. Oh mein Gott. Ja, kein Problem, ihr macht's einfach den Bad und den mach ich Pause ein paar Tage oder so, irgendwas. Ist ja überhaupt kein Ding. Ich will die... Wo ist der Container? Da ist ne Wache drin. Wir haben übrigens keine Peile mehr, muss ich anmerken. Ja, wir sollten jetzt hier unbedingt weg, Leute. Wir sollten jetzt hier echt weg. Wir treffen uns oben am Berg jetzt einfach. Das bringt jetzt grad echt nix mehr. Lassen wir den anderen Team zur Ruhe, okay. So, wir verkrümeln uns, äh, wir wünschen dir noch viel Erfolg. Ja, danke schön. Also ich renne jetzt, ich renne jetzt zur Höhle. Ja, ich renne so ein bisschen hier bergab, damit der nicht so direkt sieht, wo wir hinrennen. Ja, ich renne erst mal Richtung Kirche und so, also ich mach mich jetzt komplett vom Acker. Oh Gott ey, das waren halt so viele gewesen. Das ist so... Ja, das ist halt Nacht anscheinend, dann anscheinend ist die Spawner... Ist ja jetzt die ganze Aufnahme weg, also alle voll, oder? Ja, nein, nur die, der letzte Pass. Oh, dann ist ja okay. Das ist nicht so schlimm. Nein, das Einzige, was halt... Da war ja gerade so viel passiert hier. Ja, das Einzige, was halt nervt ist, ist... Jetzt wird dieser Höhlen-Sound hier. ...dass ich, äh, die Gegner halt die anderen nicht hör und nicht sprechen kann, ihnen gehen. Okay. Hast du vielleicht... Haben wir da auch Feierabend, oder? Guck mal, die Kisten sind respawned. Ja, die kommen immer wieder online. Ich schau grad, dass ich komm und dann zumindest in die Höhle lauf irgendwie. Ja. Die Kisten sind übrigens respawned, ne? Ja, die kommen immer wieder. Ist natürlich praktisch. Aber ich hoffe, dass ich nicht blute, oder so. Aber ich glaub, bei mir ist jetzt grad auch was abgeschmiert. Mach mal Vorsitzel bei meiner Aufnahme aus, und äh, bei mir geht's an demnächst weiter. Ja, dann probier ich das auch mal. Macht's gut. Ja, tatsächlich, mein Später... ...dass...